So Leute, heute in diesem Video werde ich euch zeigen, wo sich die Schatzkarte aus Shifty befindet und ich würde sagen, wir fliegen da mal jetzt runter. So, da sind wir auch jetzt schon angekommen. Hier befindet sich auf jeden Fall der Battle Pass Stern. Ich zeige euch jetzt noch genau die Stelle da, wo er spawnen soll, wie man auch auf der Schatzkarte sieht. Und zwar genau hier, auf diesem Fleck hier. Irgendwo hier wird er spawnen auf jeden Fall, hier in der Nähe. Und ja Leute, ich würde sagen, das war es mit einem kurzen Infovideo. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder halt ein Dislike. Ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal Leute, ciao.